2 beschießt doch nicht in der halle hier halt auf den haus auf unserer position jo leute willkommen zurück zum planet side 2 mit uns und dem odiv team ich habe jetzt ohne ohne aufnahme jetzt den sound gestartet damit ich nicht rein labere und jetzt beginnt gleich die aufnahme also viel spaß bis gleich auf die übergegangen das ist scheiß ich wollte ein bild haben das ist kein random das ist futur wer schießt random rum dark was ist los wo bleibst du der steht hier links neben wir zwei der sortiert gerade wer zusammen spielt ach so der sortiert zickchen ich hab gesagt wer hat denn da so komische geräusche im hintergrund vor daran wir werden sterben oxon ja pssst nochmal die frage bitte wo müsst ihr nun losfahren nein für mich ist wurscht ich habe eh nur ein paar drinnen ich habe nur ein drinnen da sind die anderen bei wem fahr ich mit lappen ja was scheiße ist weil wir anst aufgeteilt sind in lissandra also würde ich es jetzt noch lassen ich bin ja ich bin ja eigentlich daran jetzt los das führungsfahrzeug von servos mit vorne weiter ein bisschen fahren wir bleiben schön zusammen ich hoffe die die sandra fahren können auch halbwegs fahren der munis hat nach hinten und da wird nur im notverein gestiegen zuerst alpha wegpunkt brau wegpunkt und dann gucken wir mal da tun ja soll ich jetzt dann bleiben oder ja du solltest eigentlich als ingenieur in lissandra ja schon neu rein ach jetzt ist wurscht wenn einer stirbt wenn wir reparieren dann kann er wieder blicken eben ich bin auch gebrauchen gebrauchen das kann sein damit wir jetzt zum anfang ein bisschen mehr im terswitchen werden wir müssen erstmal gucken wo jetzt die großen schlachten beginnen wir sind nämlich alle noch an bord geht die ganzen feindes wie wäre es wenn wir ins feindes land hinten dran rumfahren und die versorgung unterpresen und da hätte er sich hinweg der drahtzieher ich bin schuld wenn er mich anfährt das war ein Daubergele aber alter sind Mörder was hier 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 ey Leute stopp äh Markus bleibt stehen stopp vor dem Abos bitte kurz warte 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 ich sehe Nappen Gamer wir wurden gerade 3 Stunden herröster gerammt wir wurden gerade 3 Stunden herröster gerammt noch da hinten ins wanz ja wir haben doch alle Reparaturtrocken ja das braucht der ja nur vorfahren ja das braucht der ja nur vorfahren ja das ist einfach wau wau hey der ballert jetzt schon wieder auf uns zickchen ne nobs und lass es und roter Rahleimer was alter ist es hier rutschig oder irgendjemand anderes sorry zickchen kein Problem jetzt bin ich letzter h h h h h besser als das letzte ja das ist Bravo Wegpunkt, wer haben wir uns denn sammeln? aber es sieht schön aus, solche so sondererfahrten aber der Harrell ist ja viel nervt ja der hat mich nicht mehr so wenn er nochmal mit dem Rampen macht ihn weg, fertig gut er hat schon einen von uns geflippt normalerweise hat er Schwedt schon verdient äh Bravo Wegpunkt Bravo, der ist noch 700 Meter weit weg 700 Meter und ja jetzt genau 700 Meter ja und hat zerquetscht er ne ich möchte es immer gern genau haben achso 1, 2, 3, 4, 5, 6 Samaras sehr wahrscheinlich sind nicht alle voll besetzt und was dann auch alle außer dem Moni Sonderer oder nicht? dann auch doch alle außer dem Moni Sonderer sollten ne ich bin auch nicht voll bei mir ist nur noch nichts keiner ist fast voll beschieß doch nicht den Haare hier dann auch den Haare zu halten alle halt alle halt und und da muss auch ungerund Sonderer sein ah Sonderer war aber lexun haben Servus dran damit ihr den während eurer Fahrt reparieren könnt alles andere müssen Hochgeschwindigkeit haben also sind alle gleich schnell Mann ey tötet den jetzt der nervt ja schießt jetzt drauf ja wo ist der? wo ist der? hinterhalb Dark glaubt man mehr da ist ein Sandy ja ein Gegner sah weg machen neoshinsky Ika vor ja bin schon dabei leck 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 Fotoilte vor uns ja ich versuch den Quatsch ihr seid doch genug ach na nicht auf uns schießen sondern auf uns da ist ein Heavy oben ich wollte jetzt den scheiß weg machen weil oh da muss ich ja den sechsieren guck mal hab ihn schon alles gut danke Feindliche Sonderer meins das Gebiet ja ja einer wir fahren mal einmal vorne drumrum und gucken mal vorne ob der Sonderer steht Markus fahren mal ein Stück vor Drahtzieher bitte so fahren damit du in der Gruppe bleibst äh Repsanderer sind wichtig ah äh ja ist weg weiß nicht dann guck wir mal zu der nächsten Station ob sie da noch rumwärts sind ansonsten switchen wir gleich woanders hin wir können später wieder kommen wenn der Feind dann groß genug ist Achtung Leichter Leichter oben auf dem Monizumsturm ja vor uns roteran vor uns ich kann nicht treffen weil das da hier steht ein Sanur da hier steht ein Sanur Panzermine stopp ja hab sie gesehen hab sie weg äh zwischenfach vor ja da vorne steht auch noch ein Sanur vor uns Jungs ja ja bleib zurück du brennst ja schon äh wir sind auf dem Dach roteran wir sind auf dem Dach denk halt schön zusammen weg äh perfekt äh Skide in der Luft wo ist hier über die Base geflogen hinter uns hinter uns hinter uns genau es ist Skide ich bin schon dabei ich bin schon dabei ich bin schon dabei ich bin schon dabei ich muss nachladen ich bin schon dabei 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 Achtung die Mine liegen noch da ne oh ja ich bin gestört liberator Achtung noch ein Sanur liegt aber weiter hat uns nicht gesehen Sanur Oh Sanur mich zerreißt gleich lass den Servus weiter nach hinten leiten lass den Servus schöner hin Leit zusammen dann auf den 3 zurück wir verlieren die Basis wir bleiben schön zusammen da vorne ist ein Lightning betrat hier Lightning 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 wo wo Richtung West und Nordwest kommt wieder als vom Stein hervor Lass mal ein Stück vorfahren Lass mal ein Stück vorfahren Lass mal ein Stück vorfahren Butcher geradeaus gucken dann siehst du ihn ah da genau langsam nach vorne zusammenbleiben das sind zwei Achtung gleich hoch auf dem Berg what the fuck und weg ist er holt ihr den der ausgestiegen ist tot gut noch ein Lightning vor uns Lightning 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 und Sanur er war ja so von Lightning oder ja na gut sehr schön Lightning ja mal ein Stück vorfahren ah wohl ne ah sorry aufpassen nicht in die Schussbahn reinfallen von den anderen Lightning ist weg Infanterie ist er auch tot dann sammeln wir uns jetzt beim Alpha Wegpunkt fahren dann über Bravo Wegpunkt und gucken damit wir bei Holenpest den Sanurabtag machen hinter uns ist ein feindlicher Sanurah ähm aus sieht aus ja und zuerst machen wir die feindliche Sanurabtag hinter uns einmal kurz alle die Schnauze dahin na besser die Schnauze halten er ist abgehauen er ist abgehauen er ist abgehauen er hat sowieso nicht mit Schnauze halten hinter uns gleich die Straße ach da ist er einmal noch hinter uns Achtung hinter uns hinter uns hinter uns hinter uns die Straße weiter entlang ups Matsch der ist weg sehr schön hinter uns ist ne Galaxy zur Information der ist weg der ist ein Reaver der ist weg der ist ein Reaver